Und hiermit, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, wir machen mit der Geschichte weiter, so wie sonst auch immer. Hm, wie kriegen wir das? Ah, jetzt ist es wohl am besten auf. Dü, 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 höchstwahrscheinlich. Aber achts ist nicht darüber lustig? der fall zeigt uns doch bestimmt wo wir hin müssen und zu nikolaus auch alle hier gefährdet würde ich mal sagen sagte ich der dreist schüler von schlangen ihr wisst ja was passiert ist ihr müsst ihr seit anfang dabei gewesen sein was mit den schülern so passiert ist wo haben wir überall schuld waren rest in peace ja 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 So, also verdient. Bevor wir in das nächste Settel gehen, mach ich hier noch was. So. Sind wir wieder Harry Karotze? Oder sind wir Mustache Harry? Ach, mach mal in den finalen Levels, ne? Zum finalen Level machen wir das nochmal. Jetzt liegen wir, ihr wisst schon wieder, mit einer Karotze und Mustache. So. Dann haben wir hier auch. Ja, so. Ach, guck mal. Schiff geht mal nach oben. Alles schön. Ach, mach doch wohl halt. Ach, gut. Eron, du warst noch nicht. So. So. Aufsindegen gekömpelt. Oh, wir müssen ganz nach oben. Da freue ich mich doch schon. Wobei wir jetzt überall hin können. Ich muss das ja auch noch machen. Oh, nicht die Maunen zu. Da steh ich ja noch ein paar Sachen. Oh nein. Hat der Sack Klamm vorbei. Oh, das ist alles. Oh nein. Oh, das ist. Wird ja damit gerechnet, aber ich jedenfalls nicht. Hehehehe. Oh? Tch! Wuuu! 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 Ah! Wuuu! Wuuu! Okay! Wuuu! Wuuu! Wir reden nicht mehr darüber, ne? Nur 1 zu 4. Da können wir was für den Garten die WU sagen, ne? Wuuu! 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 Wuu! Wuuu! わかæ! Komm los? Ja, da ist er doch bestimmt da irgendwowąs tender. Nein, diesmal nicht. Okay, hier können wir nichts kaputt machen. So, ist das nicht derselbe Raum hier? War nur ein bisschen anders, okay. Na dann. Lass auf, wir sind schon... Was ist das bei der Hälfte? Läuft, wir sind schon zur Hälfte, war er Zauberer. Das ging jetzt schnell, dann ist das Lauf über Höhe wahrscheinlich nicht so lang. Okay, da können wir uns wieder verstecken, okay. Jetzt brauchen wir Expecto Patrono. Okay, da können wir nichts mehr kaputt. Okay, da können wir nichts mehr kaputt. Ah, guck mal. Das ist unser... Ja, die müssen halt... So, er ist der Auswurf gefunden. Oh, das ist viel besser. Das ist viel besser. Wir brauchen jemanden, der stark ist. Nein, auch. Weil wir... Man haben wir erstmal... Okay, das ist ein Fakker. Ja, der macht es ein Fakker. Ja, dann mach es. Fertig, ich mach es. Na komm, machen wir zuerst das denn. So, kriege ich jetzt das letzte Teil? Danke. So, dann gehen wir auch wieder zurück. Wow, aber ich weiß jetzt nicht, was das war, aber okay. So, mhm. Woher wir dein Kamata schrecken? Unterirdische Gedanke. Warte, Wanne. Hä? Hm. Hm. Da braucht mal jemanden, der schlau ist. Okay, wir sind jetzt gerade zerbrochen. So, das ist die Aufgabe, komm, okay. Dann gehen wir einmal hier rum. Hallöchen. Komm, komm, ich komm gleich wieder zurück. Ich darf hier nur kurz einmal hier rum. Okay. Mal komplett sauber machen. Hallöchen. Oh, okay. Das ist wirklich nicht. Hm? 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 Weißt du, wir hast auch schon noch hier rum. Hm? Oh, das ist doch auch schon. Hm? Wir sind doch schon da. Also, das ist doch auch schon. Ich weiß. Okay. Und wir sind einfach hier rum. Ich weiß noch nicht. Ja, das war's jetzt so. 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 Ja, das war's. Ja, das war's.